Hi, hier ist Kaus Kanz, hier ist Angie. Ja, es ist sehr windig und ich bin nicht in Berlin, ich bin nicht in Hamburg, ich bin nicht in Hannover. Ich bin im windigen Fuerteventura. Es ist wunderschön, ich bin hier ganz oben im zehnten Stock. Und jetzt gehe ich mal so ein bisschen rum und zeige euch mal ein bisschen was. Sieht total abgefahren aus. Ja, und vielleicht wollen wir ja auch mal die Jessie sehen. Also ich halte mal auf die Jessie. Mal gucken. Ja, sie ist auch vom Winde verweht. Ich kann sie gerade nicht sehen, aber jetzt. Genau. Okay, also ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Gucken wir mal, was hier so ist. Sieht einfach wunderschön aus. Ja, es ist frisch. Es ist natürlich ein bisschen frisch mit Wind. Hat auch geregnet. Hat auch geregnet, ja. Aber morgen soll die Sonne wieder scheinen. Okay, jetzt mal hier so einen Blick runter auf die Gegend. Gnade. Hotel, Hotel, Hotel. Kalmen natürlich. Und wenn man jetzt mal so einen Schwenk macht, durch die Scheibe, durch die Regenscheibe durch, geht es jetzt zum Strand. Und jetzt haben wir wahnsinnig Sonne. Das ist der Hammer. Und jetzt muss ich da nochmal hingehen, weil das ist einfach so schön. Das ist jetzt genau das richtige Licht. Ihr kennt ja vielleicht den Begriff blaue Stunde. Blaue Stunde. Genau jetzt sowas haben wir. Wow, wunderschön. Hier vor mir ist ein kleiner Pool. Komm mal runter, 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 runter. Jo, unten wieder natürlich der Strand. Yes. Aber ich will nochmal zurück zur Sonne, weil die einfach so schön ist. Ja, und die geht jetzt runter. Das ist einfach ein Traum. Bleibe ich mal einen Moment noch drauf. So, und jetzt gehe ich rüber. Hinten kann man den Hafen sehen. Ja, hier bei der Arbeit. Und Jessi. Ja. Inna hat gerade jetzt für Dings was ausgegeben. Und ich möchte gerne für euch auch was ausgeben. Oh, hallo, sag mal hallo. Hallo, mein Chuck. Sehr gut, dann finde ich, dann machen wir das doch jetzt. Wie, äh, 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 wie heißt das? Barricados. Ne, Barricados oder sowas. Ach, dieses, dieses spezielle Likör. Ja, ja, ja. Sahne, Schoko. Ja, ja, machst du das? Super, duper. Ja, mach, wir werden das jetzt probieren. Wir probieren. Wir probieren, okay. Soll ich bestellen? Ja, bitte, machen wir es. So, Jessi muss nochmal Tschüss sagen. Für den ersten Tag, für den ersten Tag. Na, wir sind beide etwas durch. Und müde. Und müde. So, jetzt gehen wir nochmal rum. Warte, jetzt muss ich nochmal gucken. Yeah. Yes. Wir sind beide eigentlich ziemlich abgerockt heute, ne? Wir haben jetzt einfach durch. Platt, ich habe nicht geschlafen. Jessi hat gar nicht geschlafen. Und ich habe gewesen zweieinhalb Stunden geschlafen. Ja. Und wir haben beide im Flugzeug nur geschlafen. Ja. Viereinhalb Stunden. Ja, und jetzt war das einfach mal so der erste Eindruck. Wie gesagt, hier vom zehnten Stock, ne? Morgen gibt es mehr. Wir wollen jetzt einfach mal nur da sein, ne? Einfach relaxen. Tschüss, Kaoschanza. Tschüss. Tschüss. Und da.